Hier für unsere Astro-TV-Zuschauer mitgebracht, weil du gesagt hast, ja, die Menschen brauchen diese optimistischen Unterstützer, die brauchen aber eben auch diese Unterstützer, die uns täglich daran erinnern, dass wir verantwortlich sind für unseren Lebensweg, für unseren eigenen Erfolg und Reichtum. Genau, und deswegen gibt es jetzt heute hier das erste und aber auch das letzte Mal in dieser Woche den Reichtumsring in Edelstahl. Damit kann ich Ihnen den wirklich zu einem Sonderpreis anbieten. Das ist wirklich einzigartig, damit sich den auch wirklich jeder leisten kann. Den Reichtumsring, den gibt es jetzt seit 17 Jahren. Immer in Silber, den gibt es natürlich auch weiterhin in Silber, aber in Edelstahl ist es möglich, dass ich Ihnen eben natürlich einen günstigeren Preis anbieten kann. Er hat ja die gleiche Wirkung, nämlich innen die Worte Reichtum und Erfolg eingraviert. Er ist es, es ist ein Bandring. Er sieht ganz genau gleich aus wie der echte Reichtumsring. Es ist ja auch ein echter Reichtumsring. Und er ist eben dadurch, auch weil er in Edelstahl ist, kann ich Ihnen sogar in drei Farben anbieten. Nämlich es gibt ja viele Goldträger unter Ihnen und den Reichtumsring in Edelstahl gibt es auch in der Goldfarbe und in der Rosé-Goldfarbe. Also man kann dann sogar modisch das tragen, wie man möchte, also in Gold oder Rosé-Gold noch zusätzlich. Warum ist der Reichtumsring so wichtig? Den gibt es seit 17 Jahren und dieser Ring hat das Leben von zigtausenden Menschen wirklich verändert. Und deswegen, weil wir gerade in einer Weltsituation sind, wo es wirklich wichtig ist, dass jeder seinen persönlichen Reichtum und Erfolg findet, deswegen möchte ich Ihnen hier dieses Angebot machen. Und zwar, ich bin ja ursprünglich Zeitungsherausgeberin gewesen, wie Sie vielleicht schon öfters gehört haben. Und vor 17 Jahren gab es dann den großen Bruch in meinem Leben, den Umbruch. Und das hat mich auch in die spirituelle Welt geführt. Und ich habe da eben sehr viele Seminare auch besucht. Bin ja auch ausgebildeter Lebenslehrer, Handleser, also Hypnotiseur. Also ich habe wirklich alle Seminare besucht, jahrelang, die es nur gibt. Und habe mir dann eben überlegt, ich möchte ein spirituelles Wellnessmagazin am Markt bringen. Und habe dann eben dafür recherchiert, wie kommt man denn auf spirituellen Weg zu Reichtum und Erfolg. Und dabei ist praktisch zufällig dieser Ring entstanden. Und zwar war ich bei einer Feng Shui-Meisterin und habe mir natürlich erwartet, sie gibt mir vielleicht einen Einrichtungstipp, wie man den persönlichen Reichtum ins Leben zieht. Aber bei dem Besuch bei ihr hat sie mir gleich erzählt, naja, wenn es um den individuellen Reichtum und Erfolg geht, dann sollten wir mal das direkt auf den Körper wirken lassen. Und man sagt ja, im Feng Shui, der Kreis mit dem Loch in der Mitte verstärkt Energien. Und deswegen empfiehlt das Feng Shui, einen Bandring am Mittelfinger zu tragen. Also ein Bandring ist ohne Steine und ohne Öffnung ein Ring. Und der soll am Mittelfinger getragen werden. Dann verbindet man sich zu den Energiefeldern. Denn Ringe stellen immer Verbindungen her zu Reichtum und Erfolg. Und deswegen sollte man optimalerweise Frauen den am rechten Mittelfinger tragen. Denn man sagt, rechts ist die männliche Körperhälfte. Und Frauen verbinden sich dann zu den männlichen Erfolgs- und Reichtumsenergien. Und Männer sollten so einen Reichtumsring oder einen Bandring eben am linken Mittelfinger tragen. Denn links, sagt man, ist die weibliche Körperhälfte. Und somit fördern Männer ihre weiblichen Erfolgs- und Reichtumsenergien. Dann hat man im Feng Shui auch noch den Yin-Yang-Ausgleich. Wichtig ist aber der Mittelfinger. Und bei dieser Recherche habe ich ja auch damals Masaru Emoto kennengelernt. Masaru Emoto war meines Wissens wirklich nur einmal in Wien privat. Und genau in dieser Zeit meiner Recherche-Zeit. Und da durfte ich ihn eben persönlich kennenlernen mit seiner ganzen Familie. Und er ist ja der Mensch, der der Welt gezeigt hat, dass Worte auf Wasser eine Wirkung haben. Durch seine Wasserkristallfotografie hat er uns das gezeigt. Und zwar hat er eben immer so kleine Gefäßchen, wie man hier auch so sieht, am Rand immer mit Wasser befüllt. Und hat auf jedes Gefäßchen einen Begriff geschrieben. Auf manche positive Begriffe, so wie Liebe oder Seele oder Engel. Und auf die anderen Gefäßchen hat er negative Begriffe geschrieben, so wie Hass oder Teufel. Und dann hat er diese Gefäßchen tiefgefroren und nach dem Gefriervorgang hat er die dabei entstandenen Wasserkristalle fotografiert. Und bei jedem positiven Begriff ist ein wunderschöner sechstackiger Wasserkristall entstanden. Und bei allen negativen Begriffen konnte sich ein sechstackiger Wasserkristall nicht bilden. Und damit hat er der Welt gezeigt, dass Worte auf Wasser eine Wirkung haben. Und wir wissen ja alle, dass Worte auf uns eine Wirkung haben. Selbst in der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Und deswegen sind auf der Ring-Innenschiene die Worte Reichtum und Erfolg eingraviert. Diese Worte wirken durch das Tragen, durch die Haut auf unsere Zellen, bringen uns in die Schwingung, in die Energie von Reichtum und Erfolg. Und wir senden, ob wir es wollen oder nicht, ununterbrochen eine Energie aus, eine Schwingung aus, eine Frequenz aus. Und wenn wir eben in der richtigen Energie schwingen, so wie Reichtum und Erfolg, wenn wir das aussenden, dann ziehen wir durch das Resonanzgesetz auch Reichtum und Erfolg wieder in unser Leben hinein. Natürlich kann man auch den Original-Erfolg- und Reichtumsring unter der eingeblendeten gebührenfreien Telefonnummer nach Hause bekommen. Das ist dann ein hochwertiger Sterling-Silberring. Aber du hast gesagt, auch auf Kundenwunsch, weil wir leben in schwierigen Zeiten. Wir leben in schwierigen Zeiten. Und es ist natürlich auch so, dass viele auf das gucken, was man im Moment wirklich auch ausgibt. Aber 59,99 Euro als Edelstein-Variante, der sieht auch toll aus. Der sieht natürlich auch wirklich nach einem sehr hochwertigen Ring aus. Der ist auch von der Breite her wie der Original-Reichtumsring. Von den Ausmaßen gleich. Der ist auch sehr, sehr edel gemacht und auch sehr, sehr schön gemacht. Aber es ist natürlich kein Silberring. Aber dafür ist der Preis natürlich ein Preis, wo man sagen kann, das kann ich mir leisten, das kann ich mir erlauben, das kann ich vielleicht auch verschenken. Und sie haben eben auch den Vorteil, dass sie den Reichtumsring in drei verschiedenen Farben bestellen können. Egal ob vergoldet oder rosé vergoldet oder natürlich auch der Klassiker in Edelstahl. 59,99 Euro. Und auch hier sind die Leitungen natürlich voll. Denn ich glaube, dass wirklich, und das hast du ja oft gehört, viele haben gesagt, ich würde ihn so gerne haben. Aber im Moment kann ich es mir halt nicht erlauben. Und jetzt haben wir hier so ein Angebot, wo man sagen kann, probieren Sie es einfach mal aus. Genau. Also deswegen habe ich Ihnen den jetzt wirklich hier das einzige Mal in dieser Variante mitgebracht, damit sich das wirklich auch jeder leisten kann, seinen persönlichen individuellen Reichtum und Erfolg zu fördern. Denn wir sind in einer Zeit, die wirklich schwierig ist. Aber wenn wir uns mit den richtigen Energien verbinden, dann wird sie auf einmal zu einer wunderschönen, leichten Zeit. Denn alles ist Energie. Und wir sind momentan in einem Energiefeld auf der Erde, das für viele eine sehr schwierige Zeit ist. Und Ringe stellen ja immer Verbindungen her. Beim Ehering, den man am Ringfinger trägt, da verbinden wir uns mit einem emotionalen Wesen, mit unserem Partner. Oder wenn Nonnen und Pfarrer einen Ring tragen, mit Gott verbunden zu sein. Emotionale Verbindungen werden am Ringfinger hergestellt. Auch hier die Leitungen. Es kann zu kurzen Wartezeiten kommen, aber einfach in der Leitung bleiben. Es ist unser Mai-Geschenk, beziehungsweise wirklich das Mai-Geschenk von Gabriel Iazetter. Normalerweise, natürlich, hier bei AstroTV exklusiv gibt es nur den Original-Reichtumsring in Silber. Das ist die hochwertige Variante, wobei man sagen muss, auch dieser Reichtumsring in Edelstahl ist natürlich hochwertig. Also der ist natürlich auch hochwertig verarbeitet. Der sieht genauso gut aus, der strahlt genauso gut, der hat natürlich auch die gleiche Energie. Naja, fast die gleiche Energie, weil Silber hat natürlich auch schon noch... Genau, also Sie können auch den Original-Reichtumsring, der kostet 99 Euro, natürlich in Aktion. Nun, heute können Sie den natürlich auch bestellen. Silber hat natürlich noch eine zusätzliche Wirkung, nämlich eine schützende Wirkung. Also wenn Sie sich das leisten wollen, natürlich gibt es den auch heute zum Aktionspreis. Aber ich wollte wirklich, dass sich jeder diese Energie nach Hause holen kann. Und deswegen heute mal zum ersten Mal eben diesen Edelstahlring, der ja auch wunderschön aussieht, dieselbe Wirkung hat. Und ja, auch in einer verschiedenen Farbvariation diesmal erhältlich ist.